Herzlich Willkommen liebe Leute, zurück zu Let's Play Yossi's Valley White. Wir hatten das letzte Mal Octodux fertig und begeben uns nun in das Loslosland. Snuffel auf der Rolle. So und das wieder angestellt habt liebe Leute, heute am Sonntag geht's jetzt weiter mit Just Valley White. Sorry, dass gestern nichts kam und am Freitag nur ein Part, das haben wir gesagt, eigentlich drei Parten ging es zum Vorproduktion einfach nicht aus, sollte es sich jetzt noch verbessern. So, wir hatten das letzte Mal noch dieses Kostüm hier angezogen und ich glaube in dem Part heute werden wir Snuffel bekommen, ob wir zumindest mal, aber wie wir sehen, die werden alle hier so weggesnipet. So, wir ziehen mal ein paar von denen. Also, ihr könnt einfach verschiedene Kostüme anziehen, wie ihr vielleicht auch so gemerkt habt. Ja, legen über Leben rum, das ist auch sehr nett und auch sehr praktisch. Ja, es ist, es ist ein echt tolles Spiel. Ähm. Ah, das Ding tut ein, ähm, tut hier Ashex einrollen. Ah, komm. Hier ist irgendwo die erste, ich glaube, die ist da oben. So. Und so ist das auch. Wunderbar. Ja, wirklich, wenn man hier viel, ähm, so sich mal anschaut, beobachtet, sieht man, dann machen die ja auch viel mehr zu passen, so. Ähm. Ja, wie soll das denn hier gehen? Ach so. Ich komme hier und das haben wir. Oh, yeah, zehn Münzen, das ist ja schön. Hier ist ein Dingspoint, hinten haben wir ein Geschenk. Yeah. Geil. Und nochmal Leben. Ja, wunderbar. Leben haben wir wirklich überall. Das ist aber auch sehr schön. Und gut, wie ich finde. Denn umso mehr Leben man hat, umso, ja. Geschäfte ist der ganze Spaß. So, gehen wir mal hier hoch. So, ein Wort mal hier haben. Ich fände den Sonntag auch so cool und auch sonst wirklich krabbelst. Ich habe jetzt, ähm, das Spiel wirklich jetzt hier 1a gemacht. Aber gefällt mir erst sehr, sehr gut. Einer geht. So. Oh, hier gibt es wieder einen Münzenhagel hier. Hallo, wenn ich halt Eier hätte, verdammt. Nein. Shit, ich habe es geradezu nicht gesagt. Das ängert mich jetzt. Ähm, wirklich Hardcore. Aber was soll's? What happens? Hallo? Okay, das geht zum nächsten Mal. Ich hole mir jetzt lieber noch mal nach. Wenn die Blume sind, die ist so fleißig. Ah, ja. Oh, nein. Oh, nein. Dann hol mal es doch besser. Oder was muss man jetzt hier warten? Hallo? Ich verstehe jetzt nicht ganz, was sollen wir hier machen? Ich muss mir jetzt erst alles möglich sehen. Wegbewegen was in der Nähe ist oder wie wo was? Ah, ich glaube ich verstehe es wie es geht. Das ist aber nur eine Vermutung. Ich glaube das ist eine Kettenreaktion. Wenn man eins anschubst, dass die anderen dann auch mitgehen. Wäre es zumindest meine Überlegung wert. Das ist so, aber... Ah, so geht es, okay. Ja gut, ich seht schon hier, wie es überfordert das. Ah. Boah. Ja, nein. Stopp. Hier gibt es... Irgendwo die nächste Münze. Nein. Da ist sie. Ich glaube die ist unten. Sei geil, lasst es halt fressen. Danke. Irgendwo ist die. Ich bin grad so dumm die wir finden. Ich hoffe sie haben da. Deswegen haben wir das. Ich weiß nicht, wenn ihnen das noch kommt. Oh. Hm. Egal Wir brauchen nicht alles verstehen Ob das zumindest Oh, je, je, ja, mein Hund Gefällt mir Na, hallo, Wuffel Na, hallo Ich bin fast so süß wie mein persönlicher Hund Den ich in WeLife besitze Aber natürlich nicht ganz so Das ist ja klar Ja, moin, Wuffel-Box Einfach alles weg Ja, Wuffel Nimm mal ein Dreier Out Aua, was ist denn jetzt los hier? Wie ist jetzt mein Kostüm weg? Was ich besahlt hab Ist doch Betrug Ah, ja, moin Wie auch immer, Wuffel kommt der durch Und holt einfach die Blume Fein gemacht, Wuffel Fein gemacht Sehr gut So, und wir gehen jetzt hier hoch Bei Telefon Wuffel Alles null Problemo Ja, das geht doch hier Wunderbar Mit der Hälfte von Wuffel Tun wir alles in denen erledigen Sind am nächsten Sackpoint Und haben Ausdreckend viele Münzen verpasst Oh no Komm Yay Okay, wir haben Wenn überhaupt die Hälfte Aber hey Aber wirklich Graf, wie sieht das Game so schön aus So, ich glaub hier muss es Gäger Danke, Wuffels Irgendwo hier gibt es noch eine Blume Was hier oben irgendwo ist Irgendwo hier in dem Radius Hm, Pinten war es schon Jetzt bin ich bei der Hoffnung So, Wuffel ist jetzt eigentlich hier Ähm, stehen geblieben Man weiß es nicht da hinten Ah ja, da muss man alles so nach und nach öffnen So, dass es halt irgendwie Sinn macht Ja genau, und dann öffnet sich hier alles Ähm So, wunderbar Dann haben wir hier irgendwo die letzte Blume Ja Wuffel Weißt du wo die ist Nö, aber du tust mir zum Spiel transportieren Oder wie Auch gut Wir greifen mit Wuffels In Ziel Das ist ja richtig cute Ich mag das Spiel Also ich merke jetzt schon einfach Ähm Das Spiel ist aufs übelste cute Und ich mag es jetzt schon total gern Ui Ne, wirklich ist es Also guck mir das alles jetzt mehr von den Ähm Blumen sammeln Da hat man ja schon So langsam Was wirst du tun? Such sie oder such sie Weltkarte Wir suchen jetzt die Snuffels In der Partie geht alles um Snuffels Büro an Snuffel, damit sie dir folgen Okay Jetzt geht's da Nett Ich hab keine Ahnung Um wie viel wir suchen Ich dachte nur, dass hier einer ist Ah, drei suchen wir Das ist ja lieber sauber Gehen wir mal hier runter Sagen wir mal, wo der Rest ist Das Spiel macht wirklich Bock Die war total süß gemacht Auch so mit dem ganzen, ähm Papier und allen Das ist wirklich, wirklich ein tolles Spiel Ähm Kann ich gar nicht oft genug sagen So, als in mir persönlich gefällt es Sehr gut Joa So ist die Frage Wo sind die nächsten Snuffel Eigentlich immer, wo so ein Ding ist Ähm Sind es nur völlig gefühlt Aber ja, hier haben wir einen zweiten Out Scheiß, heigal Einer fällt noch Aber den dritten holen wir uns auch Ich bin super assistlich So Immer so ein Aufpassen Dass man jetzt keinen unnötigen Bull baut Also die ging jetzt ein bisschen aus wie diese Pokémon Da ist er, der dritte hier Dann muss man unten da lang, glaube ich Nee, ich ging auch nicht mal wirklich lang Aber ich dachte gerade, ich hatte eine, ähm Weckesaußen, ey Yay, jetzt haben wir alle drei Hunde Wunderbar Dann laufen wir uns gemütlich zum Ziel Da, da, da Ne, 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 ne Outs Man, da gehen wir halt so rum Macht kein Unterschied Ich habe mich am besten so oft treffen lassen Das ist so RIP my life Ach, wir haben noch genug Na dann Wir können halt einfach auch überall so hoch fliegen Das ist auch total witzig, ne Wir konnten die ganzen Map überfliegen Wenn wir nichts einsammeln wollten Ja Läuft, sag ich es mal Outs Ich habe mich jetzt gerade irgendwie nicht gesehen Was auch immer Hat es dich nicht auf dem Schirm So Und hier ist auch mal im Ziel Yay Yeshi Und da freuen wir uns natürlich auch Yay Wunderbar Ring doch Alter, du hast dich eingesammelt Und sie bekommen mal vier Blumen Haben sogar in unter fünf Minuten gesafft Ja, wunderbar Ja, was will man denn noch mehr Aber eigentlich auch nicht schwer, die zu finden Du willst ihn finden In erfolgreiches behinderten Bärbeln kannst du jetzt nach Snuffer-Sensuren Ui Zauber zum wunderbaren Automaten Ich glaube, ich weiß nicht, wie ist ein Partner irgendwie so Unser treuer Gehilfe Snuffelt oder so Keine Ahnung So, dann gibt es ja wieder neue Outfits hier Was soll das jetzt für uns haben Yay, Lila Laster Ja, ich bin ein Lila Laster Ja, mein Ich wollte immer schon mal ein Lila Laster sein Jetzt bin ich es Endlich Läuft So, und im Los-Los-Land Ja, sieh mir jetzt geht's im nächsten Part weiter Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich beim Zusehen von dem Part Macht's gut Bis zum nächsten Mal Und ciao 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 Vielen Dank.